Moin Leute, willkommen bei Explaining Gaming, hier eine Runde Live-Rüberlein mit mir Mario, wir spielen Call of Duty Ghostbains, hier auf der Map, Traymore, oder wie hier heißt, keine Ahnung, irgendwie so, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, egal, auf jeden Fall, wie ihr seht, sind, ja, wieder alle Würstchen in ein Team und alle anderen in ein Team, zu den Würstchen zähle ich wieder dazu, oh ja klar, egal, jetzt geht's erstmal los hier, mal gucken, ob wir irgendeinen verdienen kriegen, mit irgendwie, oh Gott ey, die Ballen schon um die kaputten, denn als die, als die ganz decken Prestige heimlich, was ist denn das, Slack doch fast gar nicht, Connection ist einwandfrei, Kommt gleich einer, der schleicht, aus dem Schleichen, dann ist er weg, wo kommen wir denn jetzt, hier geht auch irgendwas ab, naja, jetzt ist er oben, ne, hat er abgeschaffen? Das ist ein Affe, ist das eh, ja, der rennt schön, schön gediegen, immer mehr gediegen, der macht sich keine Sorgen, Gott wird hier noch 10 mal die Waffe wechseln zwischendurch, äh, jetzt sind seine tot, Ja, der hängt hier oben wieder irgendwo, der andere Affe mit seinen Scheiß-MG, das ist ein Bob ist das eh, Zeig's doch eh, das ist ein richtiger Bob ist das, So, mal gucken, hat schmiergeleckt, Mann ist das eh eine Scheiße, Das hörst du nicht, wenn der andere Affe kommt, Das ist ein Scheiß-MG, der schleicht ja nur rum, ey, Ich will ihn nicht, Ich will ihn gar nicht sehen, das leckt schon wieder, der kommt schon wieder, der andere Affe mit seinem G, Habeck, den Affen, Das ist einer, ey, der legt sich da überall hin und dämmt seinen Scheiß-MG mit diesem, mit diesem Visier, wo du Gegner auch noch schön siehst, Der ist auch tot, Der Bob, der, Der wollte sich auch irgendwie anschleigen, Das sind alles hier so ne, Oh, nein, Nein, wie das leckt, Warum leckt das so, Alter, das kann noch nicht sein, Der hat doch eben vorhin noch die ganze Zeit nicht geleckt, Jetzt leckt das hier wie kacke, Ich hab schon mehr Angst hier vor dem Typen hier mit seinem Scheiß-MG, Alter, der kommt dann hier ab, wir hinten jetzt, Da bekommt sein Kollege, ey, der ist genauso ab, ey, Alles hier so ne richtig geilen Typen, die hier richtig abgehen mit ihren dicken Visieren, Thermalvisieren, wie man das so ein Ghost macht, Dafür hab ich Stiefelklatschen ein, aber hilft ja nix mit dir hier rumschleichen, hier wie die, Keine Ahnung, als hätte er gebrochene Beine oder sowas, Vielleicht sitzt er auch, Naja, wollen jetzt hier mal nicht, ne, Dann ist der mit seinem Gehen, Kann hier schon mal mir nicht gefährlich werden, Aber die schleichen alle so, ich hab noch nicht einen gehört hier, Kann mich zumindest nicht entsinnen, Weiß ich nicht, Die hier alle so, Im Slow Gang, Oh, Das ist nicht gut, das ist nicht gut, Warum liegt das immer, wenn ich hier gucke, Da, Ich glaub das liegt an der, An der Sonne, Keiner da, keiner da, keiner weg, Ich trau mich gar nicht zu gucken, weil es in der Leck, Das ist falsch scheiße ist das, Egal, den haben wir schon mal weggeballert, egal, 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 Hier kommt doch bestimmt wieder einer, Ding, 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 Mir fällt ehrlich gesagt da nicht besonders zu für ein, Also nicht so wirklich besonders, also, Also ich würd das auch so machen, wenn ich ehrlich wär, Dann würd ich mich auch da in die Ecke setzen, Ich würd mir jetzt mal schön, Die Zigarette anmachen, Und Kaffee aufbrühen, Und hoffen, dass da irgendwas vorbeikommt, Jetzt kommen sie halt an, hier mit ihren Buschanzügen und so, Das sind die richtigen Hardcore-Gamers hier, Gucken, Ich muss jetzt mal ein bisschen leise sein, Der andere weiß ja, da nicht kommen, Sag ich doch, Der kommt gleich angestimmt, Wie so will der, Darum muss der andere noch, Vielleicht hingehen wir noch mit etwas Glück, Gewurscht, Oh, Warum leckt das, Alter, das ist doch ekelhaft, Gucken, ob der Kaffeekorrer wieder in der Ecke sitzt, Das sieht man nicht, Vorerst, Hier einer, Da einer, Da keiner, hier keiner, Pack, Der ist weg, Den kriegt man nicht mehr, Jetzt ist er weg, Der ist auch noch weg, Okay, Okay, Boah war das knapp, Der war noch viel knapper, Jetzt kommen sie alle, Jetzt ist das Tal aus, Jetzt kommen sie hier, Pass auf, Ich kenne die Spawns zwar nicht so genau hier, Aber, Ich kenne die Spawns überhaupt nicht, Nicht mal, Irgendeine, Nicht mal, Nicht mal einen anderen COD, Das kenne ich mich da aus, Immer nach gut Glück schießen und gucken, Schießen und gucken, Das ist eigentlich, weil ich kann, Schießen und gucken, Schießen und gucken, Keiner da, Nicht gucken, Äh nicht schießen, Hier eine, Hier kommt eine, Der messert nicht, Wäre zu dicht dran gewesen, So ein Tierarsch aufpassen, Das ist nicht alles hier so ne, Du bist so oft gemessert, ey, Das ist richtig eklig ist das, Da kommt unser Kollege anmarschiert, Mit dicken MG, Jetzt ist alles gerettet, Wenn der losballert ist, Nichts mehr, Da haben die gegen ja nichts mehr zu lachen, Ey, das wird ja, Zeit läuft ja sogar ab, Habe ja nicht gedacht, Du Affe, Das ist wieder hier unser Kaffee kochender MG-Schütze, Stellen wir uns so richtig vor, Wie der so in seinen, Seinen Mordergraben sitzt, Um ihn rum fliehen die ganzen Kugeln Und, Seine, Verbündeten werden alle abgeschossen, Und er erstmal schön, ne, Schönen Kaffee kocher, Den Feldkocher angemacht, Schön hier mit Gas, ne, Psch, 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 Kaffee hat keiner aufgesetzt, Och, Da kommt ein Gegner, Lassen wir noch ein bisschen rennen, So wie er mich erstmal ein bisschen beobachtet hat, ne, Mal gucken, was der macht, ne, Und dann können wir nochmal drauf schießen, Mal sehen, ne, Vielleicht geht da noch was, Auf wen schießt der? Ich habe da keinen gesehen, Oh, was war das denn? Oh, Da war die Hose eben aber voll, Die war aber Rand voll eben, Oben ist einer, Ist egal, ne? Nein! Oh, Der mit seiner fetten MG Trommel kommt da angerammt, ey! Dass ich uns da wegballern musste, Oh Gott, Die haben mich gesehen, Schwöre ich, ey Jesus! Oh Gott! Wo kommt der denn her? Von hinten! Im Arsch gekrochen! Und dann steckt er sich, äh, Steckt er uns hier seine, Oh! Der wird ist ja verkehrt, Ich glaube ich muss ja nirgends mal, Das kann nicht gesund sein! Oh ne, Hau ab! Okay, Das ist nicht gut! Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht! Was interessiert mich der Affe in dem Kiosk, man! Wir verlieren den Tod! Du bist tot! Der mit seinem MG ist hier! Oder mit einem anderen Typ mit einem MG! Ich hab doch irgendwas gehört eben! Da war was! Was war das? Das ist auch so ein Schleicher, ne? Totenstelle, ja klar! Meine Waffe! Geiler Typ! Der ist glaube ich richtig stolz drauf! Was, Was macht der eigentlich? Der räumt auch ganz schön ab, du! Der macht ganz schön... Der räumt ganz schön auf hier! Rennen du vor, ich renne hinterher! Toller Plan, wa? Also sei nämlich gestorben! Ne doch nicht! Alles gut! Alles gut! Ist da einer gewesen? Hier kommt einer! Er hat mich auch mit abgeschossen! Ey, das ist... Der Typ ist ja, wo man hart kommt mit dem fetten MG! Da ballast ja alles mit weg! Ich schieße den Hund ab! Mann! Ungeschützte Feinde! Hier oben? Hier hinten kommt auch einer schon wieder! Feier geht's! Immerher lange hier! Wir haben verkackt! Mission Gescheiter! Das wird nicht noch einmal passieren! Tja! Das war's würde ich sagen! Wir haben auch nicht verschissen! Welcher war denn doch mit dem MG? Keine Ahnung! Keine Stimme habe ich! Egal! Ich würde sagen, das war's! Und... Good Game schreibt er noch! Ja! So wurde gemacht! Bis zum nächsten mal! Tschüss! Tschüss!